Schönen guten Tag! In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Nutztiere fangen könnt und diese dann zähmen könnt und was ihr dafür braucht. Ja, also erstmal braucht ihr natürlich einen Futtertrog und auch Futter. Dieses Ziegenfutter und den Futtertrog, den könnt ihr beides herstellen bei der Bäuerin. Dann solltet ihr das Ganze ein bisschen eingezäunt haben, sonst laufen euch die Viecher immer kreuz und quer. Das ist natürlich ein bisschen nervig und ihr seht hier, der Wolf würde kommen und hätte Interesse an euren Tieren. Deswegen gerne so ein bisschen einzäunen, das schadet nicht. Des Weiteren gibt es noch einen Schlafplatz hier, das sind diese Nutztierkissen, die kann man legen. Jackkissen gibt es auch, es gibt ja noch größere Tiere, die zeige ich euch auch. Das ist erstmal alles, was ihr braucht. Ziegen haben gerne auch ein Dach über dem Kopf, deswegen hier so ein kleiner Unterstand, wo sie wohnen. Wie gesagt, also alle Materialien, die ihr braucht, könnt ihr eigentlich bei der Bäuerin erwerben oder eher gesagt craften. So, jetzt gibt es hier noch Ziegenfutterköder. Das ist wichtig. Es gibt viele verschiedene Köder, hier Jackfutterköder und so weiter. Deswegen für eine Ziege brauchen wir natürlich Ziegenfutterköder und den ziehen wir uns mal an die Leiste und bewegen uns mal zu den nächstgelegenen Ziegen. So, da hinten haben wir schon eine Ziege in freier Wildbahn und es gibt drei verschiedene Modis, in denen die Ziege sich befinden kann. Also einmal im Ruhemodus, so wie jetzt zum Beispiel, dort hat sie kein Ausrufezeichen oder Fragezeichen in ihrem Kopf. Dann gibt es ein ganz normales Fragezeichen, da ist sie sehr schreckhaft. Dann gibt es ein Fragezeichen mit einem Kreis, dann dürft ihr euch nicht mehr bewegen und dann gibt es ein Ausrufezeichen, dann habt ihr sie verschreckt. Ja, so, wir bewegen uns mal langsam ran und warten mal, bis wir ungefähr in Wurfrichtung kommen, Wurfreichweite. Jetzt werfen wir mal den Köder und warten mal. So, jetzt dürfen wir uns nicht bewegen. Jetzt dürfen wir rangehen und sie streicheln, weil jetzt ist sie gerade abgelenkt mit dem Essen. Wenn dieses Fragezeichen mit dem Kreis da ist, dann bedeutet das, sie ist gerade ja in Warnmodus, sag ich mal, und möchte nicht, dass man sie anfasst oder ihr näher kommt, deswegen muss man dann Pause machen. Das war hier sehr einfach, wie ihr gesehen habt. Ich zeige euch das jetzt mal an einem Jack, denn das ist eine ganz andere Nummer. So, wir haben hier drei Jacks, schön stehend auf einem Plateau. Ja, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, langsam ran, nicht näher ran, das Futter werfen. Nicht bewegen beim Kreis, warten, bis er abgelenkt ist. So, jetzt nähern wir uns langsam, nicht beim Bewegen, langsam nähern und einmal streicheln. So, damit ist das erste Herz erfüllt. Wir müssen drei Herzen erfüllen. Jetzt heißt es erstmal Abstand nehmen. So. Und jetzt nähern wir uns wieder langsam. Hoffentlich fressen die anderen das jetzt nicht auf. Ja, siehste, jetzt haben wir nämlich den Salat. Jetzt haben alle drei Lust da drauf. So. Guck mal, jetzt könnte ich sogar mehrere streicheln. Ich werfe einfach ein bisschen mehr Futter hin. Oh, nicht bewegen. Vielleicht können wir sogar mehrere Jacks hier mitnehmen. Das wäre ja jetzt ein Paradebeispiel für ein gutes Einfangen. Oh. Ja. Guck mal, nicht bewegen, der da hinten. Der erste wird wegrennen. Aber der hier, der ist ja der Wichtige. So, jetzt geht er zum Futter. Sehr gut. Und damit kriegen wir das zweite Herz dann auch voll. Streicheln. Und damit haben wir das zweite Herz auch. So, jetzt brauchen wir natürlich noch eins. Man darf sie nicht verschrecken, weil das kann das Ganze nämlich zurücksetzen. Da muss man wieder von vorne anfangen oder er verliert ein Herz, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Und so, da kommt, ja, nicht mehr bewegen. Wunderbar. Und streicheln. So, so seht ihr, ist das Fangen von Jacks doch ein bisschen anspruchsvoller. Es gibt auch noch andere Tiere, da sind einige, die auch noch sehr anspruchsvoll sind. Wir bringen jetzt mal die Ziege und den Jack in unser Gehege. So, denn ihr habt die nämlich ganz normal hier im Inventar drin. Die könnt ihr euch dann einfach in die Leiste ziehen. Na, wo ist das andere Tier? Da. Und Taste 5, zack, erster platziert. Taste 6, zweiter platziert. Lebensmittel sind hier schon drin. Der Trog und das Jackfutter sind drin. Die Ziege wird das auch gleich registrieren und sich hier satt fressen. Beim Jack sehen wir jedoch, dem fehlt noch ein Dach und noch Essen. Das Essen wird er gleich registrieren. Das Dach haben wir noch nicht. Also hier müssten wir rein theoretisch jetzt erstmal ein Dach rüber bauen. So, wie wir das da gemacht haben. Damit der Jack zufrieden ist. So, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann pflanzen die Tiere sich auch fort. Dann habt ihr irgendwann aus den zwei Ziegen eine kleine Ziege. Die könnt ihr dann auch nochmal streicheln. Das wird dann auch eine große Ziege. Und so könnt ihr dann immer mehr von den Tieren bereithalten. Und diese Tiere, seht ihr hier, haben natürlich auch einen Nutzen. Hier kriegen wir Milch raus. Aus dem Jack kriegen wir die Wolle raus. Aus den anderen Ziegen kriegen wir noch eine andere Milch raus und so weiter. Also jedes Tier hat irgendwie seinen Nutzen. Und ihr seht, es fängt an zu regnen. Deswegen, die Tiere mögen es doch, wenn sie irgendwie trocken stehen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das irgendwie so ein bisschen Infos beibringen konnte. Und schaut auch gerne auf Twitch vorbei in meinen Streams. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße und bis dann.